Liebe Leute, hier ist eure Arto. Jetzt geht's los. Deine Abmoderation habe ich irgendwann auch mal drinnen lassen. Bei Anno war das, glaube ich, irgendwann mal. Lass dich jetzt auch drin, die Anmoderation. Also Leute, hier ist euer Dragner. Dann übernehme ich deinen Job und sag einmal mit Profis. Einmal mit Profis, genau. Also Servus, Servus Rado, hallo, jetzt ging's eh schon los. Gut, gut, gut. Also, Rado sucht wie immer noch sein Zeug. Falls wer's schon wieder vergessen hat, Rado ist hier der Obersterber. Utilisieren, Gas, Karotten, Kiefern, Buchen. Wir können Kiefern und Buchen anpflanzen. Ja. Was waren denn... Kiefern haben wir ja gar nicht. Okay, ich komm, ich wand jetzt mal Karotten an. Wehe, die werden nichts. Voll ins Schwein reingelaufen, ey. Karotte, Karotte, Karotte. gesund. Ja, okay. Brauchen wir jetzt da irgendwie Wasser? Ich glaube nicht, dass das Spiel so komplex ist, dass wir jetzt anfangen müssen, irgendwelche Wasserleitungen zu bauen. Wie wär's mit einer Gießkanne oder einem Eimer? Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber probier's mal aus und dann musst du so mit Salzwasser gießen oder was? Genau. Also einen Humpen gibt's. Ja, einen Gießhumpen. Einen Gießhumpen. Ja, es gibt den Eimer, aber das ist die Schmiedekühlvorrichtung. Ja, okay, dann werden wir's wohl eher nicht gießen müssen. Bei der Luftfeuchtigkeit, die hier herrscht und so mit dem ständigen Nebel und der Boden ist so nass. Wir haben einen hohen, äh, guten Grundwasserpegel. Wir haben... Das ist so viel, hab ich verstanden. Vielleicht hörst du dir deine Ansage nochmal an. Bevor du hier über andere Herz siehst. Karotte benötigt mehr Platz zum Wachsen. Ernsthaft? Wird dann aber eine große Karotte. Ja, vor allen Dingen benötigt mehr Platz zum Wachsen. Da hab ich sie kaputt gehauen. Natürlich keine Samen rausbekommen. Ich wollte jetzt sagen, wie krieg ich die jetzt wieder raus? Oder ich warte jetzt, bis die eine Karotte gewachsen ist und dann hoffe ich, dass die anderen, wenn ich die rausgepflückt hab, dass die andere wächst oder was? Aber das könnten sie ja gleich anzeigen, weißt du, wenn es zu eng gepflanzt ist, aber nein. Was soll's? Ist bei Minecraft auch nicht so. Das stimmt. Na gut. Es ist dabei mal so, lassen wir es so. Brüllen wir uns wieder Honig ab hier. Da ist noch zu wenig drin. Ähm. Den Edelholz. Ähm. Ich glaube, wir brauchen wieder Kupfer. Ich dachte ja, ich würde Kupfer finden auf meiner Tour, aber was ich gefunden hab, war nur der Tod. Ein bisschen Kupfer haben wir ja noch an unserer Stelle. Sag mal, ist das dein Ernst? Wieder tot oder was? Ne, guck mal auf die Karte. Ja? Ja, guck mal, wo ich lang gelaufen bin. Ich bin an der Küste entlang und durch den Nebel hab ich da nicht gesehen, wo die Nebenanseans fängt. Bin quasi zu weit gelaufen. Was? Siehst du das nicht? Ich weiß, wo du bist, aber was soll mit, aber, hä? Du bist einfach auf unserer Insel. Ja, 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 aber meine Leiche ist nicht da. Ich bin doch gestorben auf dieser kleinen Nebeninsel. So, jetzt hat du... Sagen wir es ganz einfach, ich bin auch noch zu blöd, mich zu orientieren, dass ich... Als Entschuldigung gilt natürlich ganz klar der Nebel, aber dumm ist es schon. Ja. Sag jetzt einfach nur ja. So, Werkbank Stufe 4. Ist doch schon mal was. Ja. Ganz toll. Den besseren Bogen bauen? Ah, hier. Edelholz, Kernholz, Geschwärm. Bauen wir uns jetzt auch noch. Hm. 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 Edelholz, Kernholz, Kirsch, weil haben wir oben. 2, glaube ich, waren es. Schauen wir mal. Edelholzbogen, ja. Kann ich ja meinen Bogen wegschmeißen, irgendwo haben wir doch so eine alte Ausrüstung hier. Juhu. Hier upgraden kann ich an sich auch noch jede Menge. So viel zu tun, hä. Ähm, dann müssten wir mal die Schmiede upgraden. Wir hätten einmal die Schmiedekühlvorrichtung und dann hätten wir auch noch einen Amboss. Amboss braucht einfach nur 2 Bronze und die Kühlvorrichtung braucht 10 Kupfer. Hm. Hm. machen wir mal so und so. Nochmal 5 Holz. Und dann hätten wir nämlich jetzt einmal gleich den Amboss. Ja, Miedelstufe 2. Ja, aber gar nicht, ob man da jetzt irgendwas mit machen kann hier. Ja, Kernholz ist das hier auch. Bin ja auch in dem Dunkelwald. Achso, ja, habe ich doch auch schon geholt. Ja, 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 ich wollte nur mal eben sicher gehen, ähm, dass das ist, dass das, das ist, was ich vermute, dass es ist, weißt du? Ich muss ja auch lernen in dem Spiel. ja, ja, äh, sag da nichts dagegen. Ich weiß, wo man was findet. Ich sage nichts dagegen. Gut, ähm, heißt aber jetzt trotzdem, ich brauche äh, wieder, oder wir brauchen wieder Kupfer. Ach, da oben bist du jetzt. Okay, da war ich noch nicht mal, wo du jetzt bist. Wir haben noch zwölf Zinn, einen Kupferbarren. Sag mal, das Kupfer schimmert doch eigentlich auch so ein bisschen, oder? Ja. Und Zinn musst du aufpassen. Es sind meistens, also ich habe meistens äh, Zinn bisher als kleine Steindinger gerade an Küsten gefunden. Okay. So silbrige, silbrige Steine direkt an der Küste. Mhm. Bin mir grad nicht so sicher, ob ich mich noch weiter von zu Hause entfernen möchte. das musst du wissen. Das hat jetzt nicht so mega viel Spaß gemacht, eine Folge lang hier wieder hin zu rennen, ne? Warum nicht? Begründet Aber es macht natürlich auch Spaß, äh, die Gegend zu erkunden. So ist der jetzt auch nicht. Aber begründe doch deine erste Aussage. Weil's einfach nicht geil ist, zwei Folgen lang rumzurennen. Aber möchtest du deine Aussage nicht den Zuschauern erklären, warum das nicht geil ist? Du kannst einem vielleicht auf den Sack gehen, ne? Das ist meine geheime Spezialfähigkeit. Eine Superkraft ist das. So geheim ist die nicht. Komm mir grad vor wie Jense und Gretel. Ich hoffe, du hast Brotkumen gelegt. Ne, ich hab zum Glück eine digitale Map dabei. Hatten die zwei ja nicht. Hatten kein Handy Empfang, hab ich gehört. Ne. Wurden in der Oberpfalz ausgesetzt. Ne, die Hexe war so eine Öko-Frau, die 5G verboten hat im Wald. Ah, okay, okay. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, da ist so eine Art alte Burg oder so. Rado. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab's grad geschafft. Ich hab meinen Wagen geschrottet. Bin zu oft angeeckt. hier sind ganz viele Monster. Also ich nehm trotzdem nen Inventar voll Kupfer mit zurück. Die Steine sind mir wurscht. Wie kann ich denn jetzt wie kann ich den Wagen kaputt machen? Was ist noch nie noch nie ein Spiel wo nicht irgendein Wertstoff irgendwann plötzlich wieder relevant wird? Das stimmt, ja. Und ich weiß ja nicht wie es aussieht, aber ich würde ja vermuten, dass man irgendwann vielleicht auch mit Steinen baut. Ja, das vermute ich auch, aber da muss ich auf der anderen Seite auch sagen, ich glaube, Stein wird eins der Rohstoffe sein, da werden wir nie ein Problem haben, das zu finden. Ich habe gerade Zinn gefunden. Das ist schön. Irgendwie dachte ich, dass hier Monster sind. Was war das denn? Bei mir tauchen ständig Grey Drafts auf. Okay. Finde ich gerade nicht so geil irgendwie. Kämpfen, trainiert deinen Kampfskill. Ja, ich mache die ja auch alle kaputt, also ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, ich laufe weg. Also ich hau dann schon drauf. Gut. Ich habe ja eigentlich auch keine andere Wahl. Das stimmt. ich gehe aber jetzt an der Küste entlang in Richtung Heimat. Also an der gegenüberliegenden Küstenseite. Ich glaube, der Spiel will mich hier gerade ernsthaft verarschen. habe jetzt hier fünf Kupfer rausbekommen. Ja, und? Ich habe ziemlich viel Kupfer gehackt. Okay. Also gerade jetzt im Sonnenuntergang hat das Spiel ja wieder einen sehr sehr hübschen Look. Boah, Skelett. Ähm, wo bist du? Zwei Skelette. Boah, mit denen lege ich mich jetzt nicht an. Ja, ich habe es nur markiert, wo du gerade bist. Weil da ein Ding ist. Könnte natürlich ein Dungeon sein, ja. Ja, da ist mit Sicherheit einer. Skelette sind doch ein Dungeon Zeichen, oder? Ein Unmissverständliches. Nee, das muss nicht sein. Also es ist eine sehr deutlich. Aber da waren auch Säulen, also das sah schon aus wie Dungeon-mäßig. Also ich bin nur nicht stehen geblieben, um den Foto zu schießen. Ja, passt, passt. Ich habe es einfach noch markiert. Kommen hier wieder tausend Monster. Ich muss den Dunkelwald verlassen. Ist doch noch gar nicht so dunkel, dass ihr hier schon rum lungern müsst. Hier sitzt einer auf dem Dach. Okay, leider ist das Kupfervorkommen hier hinten jetzt weg. Na gut. Dann ist halt nur die Frage anfangen mal mit auch Portal zu arbeiten oder ist es Verschwendung? Wobei man kann ja ein Portal theoretisch auch wieder wegreißen, wenn man es nicht mehr braucht. Ja, würde ich auch tippen. Nehme ich jetzt mal an, So Dungeon ist einmalig, oder? Ich vermute, ich bin mir leider nicht ganz sicher. Also das eine Dungeon hatte ich ja relativ schnell noch ein zweites Mal reingeguckt, aber da war nichts respawnd. Soll ich mich mal ranmachen, ich meine jetzt habe ich Kupfer geholt, sollte ich mich da mal ranmachen und mal das erste Portal irgendwo hinstellen? Irgendwo. Ja, wenn du eine schlaue Idee hast, wo und warum, ja. wenn du es nur hinbaust, um irgendwo eins hinzubauen, brauchst das nicht machen, glaube ich. Die Aussage verstehe ich jetzt nicht ganz. Na dann. Heißt es jetzt deine Aussage, wenn es einfach nur steht, weil es steht und der Ort ist aber für dich in deinen Augen nicht schön genug, dann soll ich sein lassen oder heißt es wenn wir es noch nicht brauchen, brauche ich es auch nicht bauen? Zweiteres. Naja, irgendwann werden wir es brauchen und dass wir mal überhaupt damit uns anfangen auszukennen, müssen wir ja mal eins gerade bei uns hinstellen. Ja, dann mach mal. Ist schon okay. Hast schon nicht unrecht. Entscheidend ist ja, wo das Gegenstück steht. Genau. Ja. Ich habe übrigens drei Karottensamen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Weiß aber nicht woher. Hast du die vielleicht doch zurückgekriegt, als du die abgerissen hattest? Nee, 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 ich habe nur eine von, also wir hatten nur drei Samen und ich habe nur eine quasi gerissen. Zwei sind noch drin, jetzt haben wir noch drei. Also die habe ich jetzt auch gleich mal angepflanzt. Wir haben übrigens bei uns im Haus auch noch 200 Steine, gell? Jo. Okay. Ähm. Opfer. Edelholz, Augen, Surtling. Äh, wie viele Augen? Sagen wir mal, was mache ich eigentlich? Den. Zwei von diesen Kernen. Wir müssen das schon wieder in Reichweite von einer Werkbank bauen. Also langsam habe ich das Gefühl, wir brauchen mehr Werkbänke. Weil das Tor ist ja noch nicht mal besonders groß. mit der Steuerung hier gerade überhaupt nicht klar. Uh, der Rabe kam, nachdem ich das Portal gesetzt habe. Portaler eignen sich perfekt, um schnell große Teile der Welt zu überbrücken. Natürlich musst du auch dafür sorgen, dass es in deinem Ausgangspunkt ein Portaler gibt, um beide Portale dieselbe Kennung und sie miteinander zu verbinden. Portal Kennung Heimat Kann man die wieder anpassen, die Portalkennung? Jaja, jaja. Achso, dann muss man ja das Portal nicht Heimat nennen, zum Beispiel sondern da, wo du hinreist damit. Genau, weil es sind ja immer nur die zwei Portale, die da direkt miteinander verbunden sind. Genau, es ist nicht wie bei Stargate, wo du verschiedene Nummern rufen kannst. Das fände ich cooler. Ja, fände ich auch, ja. Wenn es zwei verschiedene Arten von Portalen gäbe, ein Eingangsportal mit verschiedenen Zielen und dann die jeweilige Ankunftsstelle, ne, die Gegenstelle. Ich habe mich ja eh gewundert, warum es eigentlich nie einen Stargate MMO oder sowas gegeben hat. Da wäre ja so viel Potenzial grundsätzlich da gewesen. Da hast du recht, ja. Hättest du wirklich alles drin machen können, abbilden können. Weil jede Welt kannst du ja anders gestalten, wie du willst. Ja. Warum sind die Schweine eigentlich so aggressiv? Ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Okay, wir brauchen Kupfer, da wir jetzt, also entweder ist noch Kupfer bei dir da oben oder man muss halt wieder auf die Nebeninsel fahren. Da war jede Menge Kupfer. Da wäre es halt zum ersten Mal gut, wenn man da vielleicht schon mal ein Portal errichten würde. Ich meine, das Portal an sich ist nicht wirklich teuer. Ich meine, man kann natürlich auch mit dem Schiff hin und her fahren, aber auf der anderen Seite geht es halt beim Portal wesentlich schneller. Ja, da aber eine kleine Anmerkung. Du kannst Kupfer, Erze und auch verarbeitete Metalle nicht durch ein Portal tragen. Weil? Ist so. Okay. Das Spiels, also du kannst quasi zwar theoretisch sagen, ich reise mit dem Portal auf die Insel, aber die Metalle musst du dann mit dem Schiff transportieren. Ja, okay, das ja. Also ist jetzt auch kein vielleicht ist das so, sondern das ist definitiv. Wenn du das sagst, glaube ich, das ist schon. Es ist halt ein bisschen doof, aber wenn es so ist, dann ist es so. Aber es ist, glaube ich, ganz gezielt so gemacht, damit du eben nicht so ein Erzspringer wirst, sondern dass du halt die Schiffe auch nutzt, weil sonst bräuchte es irgendwie. Aber für was brauche ich dann das Portal? Naja, um zu bestimmten Orten zu reisen. Also zum Beispiel auch, ich meine, das macht ja trotzdem Sinn, dass du quasi dann immer heimreisen kannst, um dein Werkzeug zu reparieren, zum Beispiel. Aber dafür finde ich es dann zu teuer, weil es kostet immerhin zwei von den Kernen. Ja, keine Ahnung, die Kerne kriegt man nur in den Dungeons, oder? Ja. Okay, dann muss ich auf jeden Fall nächste Folge wieder rüber zum Kupfer. Ja, dann würde ich sagen, wir sind bei 26 Minuten. Bevor ich jetzt aufbreche, würde ich sagen, einfach in dem Fall, Folge ist beendet. Dann, Rado, danke für die Aufnahmesession. Ja, danke auch. Und Leute, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Servus.